Ich finde es sehr schwierig, das deutsche C-H auszusprechen. Der Akzent Klaus spricht Spanisch mit deutschem Akzent. Klaus habla Español con Acento Alemán. Das Alphabet Das Spanische Alphabet hat 28 Buchstaben. Der Punkt Nach einem Punkt wird immer groß geschrieben. Das Komma Der richtige Gebrauch des Kommas ist wichtig. El uso correcto de la Komma es importante. Die Grammatik La Grammatika Um richtig zu schreiben, muss man die Grammatik beherrschen. Die Rechtschreibung La Ortografía La Romana Die 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 z